Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute in einem völlig neuen Format, denn wir wollen etwas mehr in unserem Markenrebell-Podcast für Startups machen. Und mein heutiger Interviewgast passt hier perfekt rein, denn sie hat ein Unternehmen gegründet und wird uns heute dazu entsprechend mehr erzählen. Doch bevor es losgeht mit der offiziellen Anmoderation hier im Intro, vielleicht noch eine kleine Anmerkung für euch. Denn ich freue mich, wenn ihr uns über unsere WhatsApp-Gruppe, also Informationen dazu auf markenrebell.de, könnt ihr euch gerne einloggen. Kostet nichts und ihr werdet versorgt mit exklusiven Inhalten und brandneuen Podcast-Folgen. Schickt mir einfach über diesen Weg eure Audionachricht, die ich hier dann im Podcast reinschneide und natürlich dazu Antworten liefern werde. Also ich freue mich auf eure Nachricht und dann wird das eine spannende Q&A-Folge, die wir demnächst hier wieder bringen werden. Nun aber zu Anna Schatz. Wenn Wissen und Praxiserfahrungen so verknüpft werden, dass daraus etwas Neues entsteht, dann hat Anna Schatz alles richtig gemacht. 2018 gründete sie das Unternehmen Healthcare.com. Spezialisiert auf den Gesundheitsmarkt erarbeitet sie mit ihren Partnern Lösungen, um die Akteure, Spezialisten in Kliniken, Arztpraxen und Apotheken erfolgreicher zu machen. Wie kann sie das schaffen und wo setzt sie an? Sind ihre Kunden nicht schon selbst perfekt im Markt unterwegs und wie gewinnt sie deren Vertrauen, wenn es um Veränderungsprozesse geht? Und ich bin natürlich gespannt, wie Anna Schatz ihre Kunden für die Digitalisierung fit macht. Doch nun genug der langen Worte, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Interview-Folge mit Anna Schatz. Anna, schön, dass du da bist heute hier im Markenrebell-Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Es ist immer wieder schön, neue Menschen auch kennenzulernen. So wie dich. Wir haben uns noch nie vorher gesehen und sprechen heute hier das erste Mal. Deswegen freue ich mich umso mehr. Und bevor wir loslegen, vielleicht kannst du so ein paar einleitende Worte zu dir sagen. Wer ist Anna Schatz als Privatmensch, als private Persönlichkeit und was genau machst du beruflich? Hallo Norm, ich freue mich sehr dabei zu sein. Also ich bin Anna, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Mutter von gerade drei Jahre alt gewordenen Zwillingen. Ich bin Ehefrau natürlich. Ich bin Geschäftsführerin einer ganz jungen Firma. Und privat bin ich absoluter Familienmensch und gute Freundin, würde ich sagen. Schön. Erzähl mal ein bisschen mehr über deine Firma. Also meine Firma, das ist die HealthCare.com GmbH. Unsere Firma bietet Full Service Kommunikationsleistung an für mittelständische Unternehmen der Gesundheitsbranche. Bedeutet also, hauptsächlich sind das Trainings und Coachings für Führungskräfte, für Mitarbeiter aller Gruppen, die man in Gesundheitsunternehmen findet. Stark. Wie lange gibt es euch schon? Wie viele Leute seid ihr? Es gibt uns offiziell seit Mai. Ich arbeite seit Einzelunternehmerin in dem Bereich seit etwa zweieinhalb Jahren. Und im Moment haben wir drei festangestellte Mitarbeiter. Ich habe einen Partner, einen Gesellschafter, der das mit mir macht. Und wir haben Freelancer natürlich noch im Unternehmen, mit denen ich schon viele, viele Jahre, manche an die zehn Jahre zusammenarbeite, denen ich vertraue. Ja, das ist so unser Wachstumsstand im Moment. Okay, das heißt eigentlich so gesehen mit Firmengründung dieses Jahr ein Startup? Ja, absolut. Lebt ihr auch so die Startup-Kultur, wie man das so in der Presse immer wieder liest? Ist das bei euch auch so oder ähnlich? Also wenn Startup-Kultur Chaos bedeutet, würde ich sagen nein. Und wenn es Entwicklung bedeutet und dass man so agiles Denken im Unternehmen hat, dann würde ich sagen ja. Und es gibt Werte im Unternehmen, die sehr modern sind bei uns, an die wir uns wirklich ganz besonders halten. Wenn das Startup-Charakter ist, dann ja. Okay, was sind das für Werte? Also Werte, die uns besonders wichtig sind, sind zum Beispiel, dass unsere Mitarbeiter uns sehr nah sind und dass unsere Mitarbeiter einfach von der Wertigkeit her gleich sind, egal wie alt sie sind, egal was für ein Geschlecht sie haben, was für einen Familienstand. Unsere Mitarbeiter verdienen zum Beispiel alle dasselbe und sind sehr offen in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Also für mich ist ganz wichtig, dass ich jeden Tag im Austausch bin mit meinen Mitarbeitern und viele, viele tolle Ideen von meinen Mitarbeitern aufgreife und versuche, die umzusetzen mit denen. Ja, wie ist denn das entstanden? Gab es so ein Meeting, wo alle zusammenkamen und ihr diese Werte gemeinsam entwickelt habt oder war es eine Geschichte, die du so eingebracht hast ins Unternehmen? Naja, also die Firmenwerte haben wir schon in einem ganz klassischen Positionierungsworkshop entwickelt, wo wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, was ist uns jetzt wirklich wichtig, worauf wollen wir uns konzentrieren, wenn wir dieses Unternehmen gründen und was wollen wir auch leben. Also ich finde auch als Unternehmer braucht man Sachen, auf die man sich immer wieder erdet, so im hektischen Geschäftsalltag muss man sich schon immer wieder mal hinsetzen und selber überprüfen, ob man das noch macht, was einem wichtig ist. Ja, wie sieht so eine Überprüfung aus? Ist es so ein regelmäßig, vielleicht sogar ritualisiertes Treffen, wo ihr zusammensetzt und vielleicht so in einem Forum oder in einem, weiß ich nicht, Kreis das einfach reflektiert? Es gibt ja klassische Gesellschafter-Meetings, die gibt es natürlich und jetzt bin ich auch ein sehr selbstreflektierter Mensch und ich sage zum Beispiel zu meinen Partnern immer, ich möchte, dass ihr mit mir täglich hart ins Gericht geht. Ja, also ich möchte wirklich, dass die ständig zu mir sagen, pass auf, wir haben jetzt hier beschlossen, dass wir in unsere Mitarbeiter als Trainer und Coaches immer alles an Leistung reinstecken, damit die Unterstützung wieder fahren und jetzt gerade tust du es nicht. Also bitte setz dich heute Abend hin und schau, was du tun kannst. Ja, also ich bin da mit mir selber schon sehr streng. Ja, spannend. Wie, oder vielleicht lass uns noch eine kleine Reise, eine kleine Zeitreise machen, so ein bisschen in deine Historie. Ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, in Vorbereitung auf unser Gespräch und würde dich gerne fragen, wie hast denn du deine Schulzeit empfunden? Also es gibt verschiedene Etappen bei mir. Ich habe meine erste Schulzeit, was die Leute immer erschreckt, sehr früh abgebrochen. Also ich war so klassische gymnasialen Schülerin und bin nach der 9. Klasse dann erstmal geflüchtet. Also ich habe das Gymnasium nach der 9. Klasse abgebrochen, weil ich dieses Schulsystem ganz schrecklich fand. Ich habe damals das alles hinterfragt und hatte da keine große Lust drauf und war auch eine miserable Schülerin. Und bin dann nach der 9. Klasse vom Gymnasium runtergegangen, war zu dem Zeitpunkt auch schon ausgezogen, aus meinem Elternhaus. Und habe dann auf eine Berufsschule gewechselt, wo man in diesen Gesundheitsbereich einfach gehen konnte. Habe dann meinen Abschluss, also Fachoberschulreife war das damals, im medizinischen Fachbereich schon gemacht. Und habe den dann mit Auszeichnung gemacht. Also habe dann einen 1,0 Abschluss gemacht, wodurch mir ermöglicht wurde, dass ich eine PTA-Ausbildung machen konnte. Also pharmazeutisch-technische Assistentin, die damals Geld gekostet hat auch. Und ich habe da einfach schon meinen speziellen Weg gefunden. Ja, und so war das dann. Ja, ist spannend, weil du sagst, dass es vielleicht auch Menschen erschreckt, wenn du das erzählst. Wie erklärst du dir das? Aus der Norm auszubrechen oder Dinge zu hinterfragen, ist ja mal grundsätzlich eine richtig gute Idee, finde ich. Na, gerade in Deutschland haben wir ja eine klassische Vorstellung davon, wie so ein Bildungsweg unserer Kinder aussehen soll. Ja, also die Idealvorstellung ist hier immer Grundschule, am besten Gymnasium bis zum Abitur, gute Abschlussstudium. Das ist so die wirklich klassisch-deutsche Idealvorstellung für die Ausbildung unserer Kinder. Und da habe ich mich einfach schon in sehr jungen Jahren gegen gewehrt. Und das stößt hier immer auf, vor allem wenn man dann später erfolgreich ist, können die Leute mal kaum glauben, dass man diesen Weg nicht gegangen ist. Auch heute bin ich noch jemand, der mit diesem System nicht gut klarkommt. Also ich mag es auch nicht, wenn meine Kinder in solche Systeme einklassifiziert werden. So Benotungssysteme, da bin ich kein großer Freund von. Ja, aber es lässt sich nicht umgehen, oder hast du einen Weg gefunden, das geht nicht, ne? Also es lässt sich nicht komplett umgehen. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist Kindern oder auch Heranwachsenden beizubringen, durch eine gute Feedbackkultur, die man auch früh schon lernen kann, damit vernünftig umzugehen. Ja, also ich glaube, es ist vielleicht sogar eine Erfolgsformel. Viele erfolgreiche Menschen eint ja, dass sie sich irgendwann selbstreflektierend oder auch hinterfragend in eine Situation begeben, wo sie einfach sagen, bin ich hier happy, funktioniert das für mich, tut mir das gut oder eben nicht. Und deswegen konntest du aus meinen Augen einfach nur erfolgreich werden, weil du genau diese Fragen gestellt hast. Was ich ja auch sehr bewundernswert finde und deswegen auch vielen Dank, dass du in unseren Podcast gekommen bist, um vielleicht auch darüber zu sprechen, nämlich du bist Mama, hast du ja gesagt eingangs, von Zwillingen. Jetzt ist es ja so, in der Rolle als Mutter und Unternehmerin stellen ja viele die Fragen, funktioniert das sowohl auf der einen noch auf der anderen Seite. Wie siehst du das oder wie hast du das wahrgenommen, als du vielleicht auch den Wunsch in der Familie, aber auch nach außen geäußert hast, hey, ich mache jetzt ein Unternehmen auf? Ja, also das sind zwei verschiedene Themen, glaube ich. Die Unterstützung der Familie ist natürlich brutal wichtig. Ich habe jetzt das Glück, dass ich einen Ehemann habe, der mich von der ersten Sekunde an unterstützt hat. Und diese Ressource, die ist unersetzlich. Also jemanden zu haben, das muss nicht unbedingt ein Ehemann sein, das können auch gute Freunde sein oder die Familie, die das unterstützt, sowohl vom Gedanken her als auch mal pragmatisch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auftraggeber hatte ich, glaube ich, noch nie einen, der mich gefragt hat, wie machst du das eigentlich? Also da muss man einfach mitgehen dann. Und die Frage ist auch berechtigt. Ich finde immer, so ein Auftraggeber, das ist vielleicht auch was Spezielles bei mir, der hat auch einfach das Recht, mal zu wissen, wer ist die Person, mit der ich da arbeite. Deshalb gehe ich mit den Fragen immer ganz locker um und sage dann halt, ja, okay, so regele ich das zu Hause. Also und für mich ist das in Ordnung, wenn die Leute das wissen wollen. Und warum nicht? Ich erzähle es halt einfach. Ist deine Erfahrung auch eher positiv? Also ich finde das, wenn ich von meinen Kindern erzähle oder unserer Familie, dann ist es eigentlich nie negativ. Es ist eher positiv und eine gewisse Dankbarkeit für die Offenheit einfach auch. Ja, je offener man selber mit dem Thema umgeht, desto offener machen es auch die Leute. Es gibt natürlich immer das Thema Neid, wo man vorsichtig sein muss als junge Frau. Das kenne ich schon auch, dass sowas auf einen zukommen kann. Und oft ist es aber auch einfach Unwissenheit. Wie hat sich der Neid geäußert? Gibt es da irgendein Erlebnis, das du hattest? Naja, es gibt viele Menschen, die man trifft, die sich vielleicht so ein Leben wünschen oder gewünscht hätten und es einfach aus ganz unterschiedlichen Umständen nicht hinbekommen haben oder in einer Situation sind, wo sie nicht wissen, wie sie es schaffen können und dann auf einen treffen. Und dann lebt man so eine Idealvorstellung, die es natürlich nicht ist. Ich bin auch durch viele steinige Täler gegangen und wenn einen dann so gerade am Anfang von einer Karriere der pure Neid trifft, ist das schon auch mal hart. Die Situation gibt es auch, aber du hast recht. In vielen Fällen, wenn man es erklärt und die Leute teilhaben lässt, ist das oft auch ganz toll. Ja. Wie gehst du mit Neidern oder Kritikern um? Also hast du da für dich irgendwie einen Weg gefunden? Ist das vielleicht auch eher so ein Thema, was du dann mit deinem Lebenspartner diskutierst? Also mit meinem Lebenspartner bespreche ich fast alles. Ich würde sagen, dass für mich persönlich meine Familie und mein Mann die wichtigste Ressource ist, um generell wieder aufzuladen. Ich finde aber, menschliche Reaktionen und Emotionen sind für mich immer erstmal okay, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn jemand neidisch ist oder mit was nicht zurechtkommt oder mich vielleicht auch gar nicht mag, ist das für mich auch erstmal okay. Und dann checke ich immer mal ab, ob ein Gespräch sinnvoll ist, ob derjenige das möchte, ob das für den gut ist und für mich. Und da gibt es auch zwei Wege, entweder ja oder nein. Für mich ist das aber alles erstmal okay. Ich würde ganz gerne nochmal so in die Phase eintauchen, als du die Gründung losgehst. Du hast irgendwann für dich gesagt, hey, ich will das. Hast dir wahrscheinlich eine Strategie, ein Konzept überlegt, wie das Ganze losging. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie kamst du so an deinen ersten Kunden als PTA? Kennst du natürlich die Abläufe in der Apotheke. Hast mit Apothekern Kontakt gehabt, hast mit Pharmaunternehmen Kontakt gehabt. Aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, da gibt es einen Bedarf, vielleicht auch nochmal kurz welcher Bedarf da im Markt, den du vielleicht entdeckt hast. Und wie kamst du so an deine ersten Kunden? Ja, also vor meiner Schwangerschaft habe ich im Einkauf gearbeitet, bei einer Apothekenkooperation. Und dann bin ich für ein Jahr in die Elternzeit gegangen, habe aber in der Elternzeit ganz viel weiter genetzwerkt. Also ich habe einfach den Kontakt zu meinen Kunden nicht verloren. Das ist auch, glaube ich, wirklich das A und O. Ja, einfach in Kontakt bleiben mit den Leuten. Und nach der Elternzeit habe ich mich dann selbstständig gemacht. Erstmal als Alleinunternehmerin und bin ganz locker wieder ins Geschäft gegangen und habe dann ganz viel in großen Pharmaunternehmen trainiert. Ich hatte das Glück, dass ich eben diese Kontakte warm gehalten habe und konnte so relativ leicht ins Geschäft wieder einsteigen. und habe viele Aufträge am Anfang erstmal gehabt, ja, wo ich nicht das große Geld verdient habe, wo ich aber Erfahrungen sammeln konnte. Das heißt, ich habe Trainings und Coachings gemacht in der Industrie und das wurde dann sukzessive immer mehr. Nach zwei Jahren hatte ich das Geschäftsfeld Apotheke aufgebaut. Da habe ich wirklich den Riesenbedarf gesehen. Es gab nicht besonders viele Anbieter auf dem Markt. Ich hatte gute Kontakte und es hat sich so ein schöner Kreis geschlossen. Ich war in der Pharmaindustrie und in der Apotheke. Das war unheimlich reizvoll für mich. Und ich hatte dann an irgendeinem Punkt so viel Arbeit, dass ich es alleine nicht abdecken konnte. Ich habe dann mit freien Beratern gearbeitet und das war mir einfach nicht genug von der Qualität der Kommunikation im Unternehmen. Und ich habe dann im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres, mit meinem heutigen Geschäftspartner zusammengesessen und da hatte ich den Punkt der Entscheidung, mache ich es jetzt groß oder mache ich es kleiner? Weil ich konnte nicht alleine so viel Arbeit abdecken, dass es gut ist. Ich hätte es weniger machen müssen oder ich musste die Entscheidung treffen, ein großes Unternehmen zu gründen. Ich habe mich für groß entschieden mit einem Partner, der mich in den Punkten berät, die ich nicht gut konnte. Das war Unternehmensstrategie, das war Finanzen und Verwaltung. Das waren einfach die Punkte, in denen ich keine Erfahrung hatte und dafür habe ich mir einen Geschäftspartner genommen. Und so wurde das Unternehmen gegründet und aufgrund der deutschen Bürokratie hat das Ganze dann noch sechs Monate gedauert, bis die Firma gegründet wurde. Die Zeit haben wir natürlich ganz effektiv genutzt, um einfach die Unternehmensstrategie auf sichere Beine zu stellen. Ja, und so war dann im Mai, da hatten wir die ersten Mitarbeiter gesucht und die eingearbeitet, weiter Kunden gesucht, Geschäftsmodelle gestrickt und so weiter. Ja. Ja, also es ist super spannend. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, also Netzwerk, im Grunde waren es am Anfang für dich Invest, die du gemacht hast. Also einmal dein Netzwerk natürlich, Zeit investiert, auch Geld investiert, in Sachen Weiterbildung, Ausbildung, aber auch in Projekten natürlich, die ich weiter fortgebildet habe. Und dann, was ich sehr schlau finde, es erinnert mich auch an unsere Gründung bei Markenkonstrukt, einfach die Wertschöpfungskette zu erweitern und zu sagen, okay, wer kann meine Kompetenzen ergänzen, ja, und so, dass man dann eine bessere Wertschöpfung den Auftraggebern anbieten kann. Ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich darin, dass man als Unternehmer erkennt, wo die eigenen Stärken liegen und wo man Risiken hat im Handeln. Und wenn man diese Risiken kennengelernt hat, dann sucht man sich genau dafür Menschen, die zu einem persönlich passen und die diese Risiken abdecken können. Das ist, glaube ich zumindest, das Geheimnis. Dann hat man irgendwann ein gutes Geschäftsteam sich geschaffen, womit man zumindest schon mal eine gute Struktur aufbauen kann. Ja. Lass uns gerne mal in die Engpässe einsteigen, die ihr oder du identifiziert hast bei euren Auftraggebern. Wer konkret ruft euch zu welchem Thema an? Vielleicht hast du so ein paar Beispiele auch vergangener Projekte, dass den Zuhörern klar wird, wann ich Healthcare-Komm anrufe. Also wir haben zwei unterschiedliche Geschäftsfelder. Das eine Geschäftsfeld ist Healthcare Professional. Im Professional-Bereich arbeiten wir mit stationären Handelsunternehmen zusammen. Zum einen im Pharma-Bereich, also große Pharma-Unternehmen. Das kann vom Herstellen-Unternehmen bis zum Software-Unternehmen alles sein. Und da arbeiten wir, wir schaffen nachhaltige Kommunikationskulturen, würde ich sagen. Das heißt, wir arbeiten von der Führungskraft über das Vertriebsteam bis zum Innendienst-Team mit allen da zusammen und schaffen Trainingssysteme, Führungskräfte-Coaching, Vertriebstraining und Serviceteam-Schulung, sodass am Ende ein funktionierender Kommunikationskreis entsteht. Also alle sprechen dieselbe Sprache am Ende, so nenne ich das immer. Und mir ist besonders wichtig, dass wir auf modernem Wege die individuellen Persönlichkeiten fördern. Also ich kenne es selber noch so, ich habe vor zehn Jahren noch selber im Vertrieb gearbeitet und da wurden Leitfäden entwickelt. Also jeder hat ein Blatt bekommen und kannte am Ende die Sätze auswendig. Das machen wir nicht, sondern wir fördern Persönlichkeiten und schauen, dass jeder einen Weg entwickelt, mit dem er sich wohlfühlt und trotzdem effizient arbeiten kann. Das zweite Thema, was wir da machen, ist Akademien entwickeln. Viele dieser Unternehmen haben betriebsinterne Fortbildungsakademien und wir helfen beim Aufbau und schulen teilweise in diesen Akademien. Das ist so das Geschäftsfeld Professionale. Dann haben wir das zweite Geschäftsfeld und das ist der Healthcare-Coach-Bereich. In diesem Bereich haben wir Apotheken und Kliniken, die wir betreuen. Hier haben wir auch festangestellte Mitarbeiter in ganz Deutschland, die wir ausgebildet haben zum Coach. Die kommen hauptsächlich aus dem Bereich Apotheke, also sind PTAs, PKAs, können aber auch aus der Pflege, aus dem Arztbereich kommen. Und da machen wir Team-Trainings, natürlich auch Verkaufstrainings, Team-Building, alles das, was da wichtig ist. Und der Bereich Führungskräfte ist da ganz, ganz ausgebildet, weil oft die Leute, zum Beispiel Apotheker, in ihrem Wissen sehr, sehr gut ausgebildet sind, aber nie die Möglichkeit hatten, Personalführung zu lernen. Hier habe ich viele Kunden, mit denen wir über zwei, drei Jahre zusammenarbeiten, die sich wirklich stetig weiterentwickeln mit uns, die ihre eigene Marke aufbauen, wo so ein Apotheker sagt, super, ich habe jetzt drei Apotheken am Standort, möchte aber gerne, dass meine eigene Marke bekannt wird. Also wer bin ich, warum sollen die Kunden zu uns kommen und so weiter und so fort. Und das Schöne bei uns ist, dass das dann ganz gut in der Zusammenarbeit klappt. Also die Pharmafirma sagt dann, super, wir arbeiten jetzt intern mit euch zusammen und wir möchten genau das, was ihr im Apothekenbereich macht, jetzt für unsere Apotheken mit euch machen. So haben wir dann ein schönes Multiplikatoren-System, was wir zusammen entwickeln. Und wir haben dann so ganz wunderbar funktionierende Kommunikationskreise. Es ist ganz interessant. Ich glaube, ich habe es auf deiner Website gelesen. Ich glaube, die Pharmaindustrie macht eine Milliarde Umsatz pro Tag. Ja, genau. Also nur mal, um eine Vorstellung zu kriegen, wie es in dem Bereich oder in der Gesundheitswirtschaft als Branche aussieht. Also das ist schon enorm. Und sie ist eigentlich sehr unterentwickelt. Also ich hatte ja schon einige Interviewpartner, um das dort auch mal zu besprechen. Und es gibt eigentlich noch viel zu wenig Berater oder Coaches, so wie dich oder euch, die da konkret Hilfestellung leisten. Also es gibt schon einige, aber ich finde, die Nachhaltigkeit könnte noch sehr viel größer sein, dass man, ja, ich sage immer zu meinen Partnern, dass man sich mal traut, sich richtig zu committen. Ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Partner und mit dem arbeite ich nicht mal einen Tag auf einer Tagung zusammen, sondern ich schließe jetzt hier wirklich ein Commit mit und sage, wir entwickeln uns jetzt mal ein Jahr oder zwei und schaffen hier wirklich ein nachhaltiges System, in dem sich auch die Mitarbeiter zurecht und wiedererkennen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, ja. Wie nimmst du das ganze Thema, ich meine, der Podcast geht hier zum Thema Personal Branding und Digitalisierung. Wie nimmst du das Thema Digitalisierung im Markt wahr? Gibt es da, ja, konkrete Anfragen an euch, hier auch gecoacht zu werden? Also Digitalisierung ist für uns ein sehr spannendes Thema. Wir sind gerade dabei, einen Geschäftsbereich aufzubauen. Der heißt Health Care Digital. Wir planen fürs nächste Jahr ein Ausbildungssystem. Das wird ungefähr heißen, das ist ein Arbeitstitel Fachkraft für digitale Medien. Speziell für den Apothekenbereich zum Beispiel, wo es sich eben mal nicht nur um Facebook, Twitter und dergleichen dreht. Das Thema kennen jetzt eigentlich alle natürlich auch, sondern um digitale Prozesse in den Apotheken, weil das ist ein irre spannendes Thema, finde ich. Also angefangen von der digitalen Steuererklärung über Backoffice-Tätigkeiten. Also wie kann ich Bestellungen digitalisieren? Wie kann ich so Abholsysteme digitalisieren? Weil das sind Themen, wo die Apotheken einfach wahnsinnig viel Arbeitszeit und Kraft einsparen können, um die dann freizumachen für andere Geschäftsfelder wirklich, die noch bedient werden können. Da ist unheimlich viel Musik drin, denke ich, die noch genutzt werden kann. Und da wird noch unheimlich wenig gemacht, finde ich. Also es ist für uns ein irre spannendes Thema. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebellen und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Jetzt bewirb dich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery-Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Mark und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Mark eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht es weiter hier. Wir haben ja auch lange Jahre mit Apotheken zusammengearbeitet und was uns dort auch aufgefallen ist, ist neben dem, was du gerade gesagt hast, die ganze Digitalisierung von Prozessen, von Unternehmensprozessen in der Apotheke, auch in Verbindung mit Apothekenkooperationen oder Großhandel, ist uns aufgefallen, dass also meines Erachtens viel zu wenig getan wird in der Kommunikation hin zum Kunden. Also die horizontale Vernetzung funktioniert, also Apotheke zu Apotheke oder Apotheke zu Großhandel und so weiter. Aber so die vertikale Vernetzung hin zum Kunden, gibt es da Konzepte oder Ideen, die ihr habt, die ihr anbietet. Also das ist natürlich mein Leidenschaftsthema. Wir sind ja Kommunikationsunternehmen und auch da sowohl in der Apotheke als auch in der Klinik, auch in Kliniken ist das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ja, also wir entwickeln auch Systeme für Unikliniken, aber es führt alles auf dasselbe zurück. Du kannst die tollsten Systeme entwickeln und moderne Apotheker oder auch Klinikleiter, die kommen damit klar, die können die Schnittstellen schaffen, die können Systeme und Prozesse generieren, aber wenn du die Leute nicht mitnimmst, sowohl in deinem Team als auch die Kunden nicht mitnimmst auf diesem Weg, dann wirst du keinen Erfolg haben. Ja, und das müssen die Leute lernen. Du kannst nicht dich morgens hinstellen und sagen, super, das funktioniert jetzt, macht. Und noch schlimmer wird es, wenn du dich hinstellst und das ist eben das, was ich mit Kommunikationskultur meine und das ist auch leider oft das, was ich noch sehe. Du kannst dich als Führungskraft nicht hinstellen und morgen sagen so Leute, eigentlich seid ihr alle blöd hier, aber ich habe jetzt was Tolles entwickelt, treibt es nach vorne. Und das meine ich eben mit nachhaltigen Systemen. Wir fangen immer erst oben an. Es gibt nicht umsonst das alte Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, ich sage das immer so provokativ. Wir fangen immer im Unternehmen an, diese Kultur aufzubauen, weil wenn die gesund und wertschätzend ist, dann ziehst du die Mitarbeiter mit und dann setzen die sich ein für dein Produkt. Ja, und dann müssen die natürlich lernen, welchen Kundentyp kann ich wie auf diese Reise mitnehmen und welcher Typ braucht was. Klar, diese Systeme haben wir, da kann ich jetzt sofort rausfahren zum Kunden und die trainieren. Und das ist so, so wichtig. Ja, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, dass die Implementierung oder Etablierung von Innovationen oder neuen Technologien eigentlich immer über den Bildungsweg funktionieren kann oder muss. Ja, also genau wie du gerade beschrieben hast, dass jemand kommt und vor allen Dingen gerne von außen kommt, ja, werden ja oft Beratungsagentur geholt, die dann irgendwie ein Portal aufsetzen, was dann Leute betreiben sollen, die das Portal-Thema noch nie in der Schulung gehört haben. Ja, dass es über diesen Weg funktionieren muss, ist einfach, liegt klar auf der Hand. Und es gibt Unternehmen, die machen das wirklich toll. Ich kenne Unternehmen, die machen das seit Jahren richtig gut, die entwickeln neue Systeme, auch Kooperationen, die entwickeln neue Systeme, die schulen sich selber als Multiplikator, wo die Führungskraft immer Experte im Thema ist quasi, und lassen dann ihre Leute trainieren und gehen dann an den Kunden und es funktioniert eins a. Auch hier, glaube ich, ist es gut, wenn nicht verschiedene Berater an einem Projekt arbeiten. Aber für die Mitarbeiter schafft es immer Frustration, wenn verschiedene Botschaften gesendet werden. Da erwartet man, glaube ich, von so einem Mitarbeiter zu viel. Also so ein einheitliches Kommunikationskonzept ist für den Menschen einfacher umzusetzen. Ja. Es ist auch schön, dass du sagst, dass im Grunde die wichtigsten Assets in einem Unternehmen ja die Mitarbeiter sind. Und wenn die Kompetenzen, meinetwegen Digitalkompetenzen, nicht da sind, dann muss ich sie halt einfach weiterbilden. Dann muss ich einfach dieses Wissen ins Unternehmen tragen. Die Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Ja. Ja. Absolut. Hast du vielleicht so deine drei wichtigsten Tipps, wenn jetzt zum Beispiel eine Apotheken-Kooperation kommt oder ein Pharmaunternehmen kommt und sagt, wie können wir im Unternehmen besser kommunizieren? Gibt es da so, klar, man ist immer wieder eine individuelle Betrachtung, völlig klar, aber so deine drei Tipps, wo du sagst, hey, das begegnet mir eigentlich immer wieder. Ich finde es immer gut, wenn man sich mit, wenn man anfängt, sich mit Bedürfnissen zu beschäftigen. Also einfach mal die Leute zu fragen, was sie brauchen und machen wollen. Das ist was, was mir tatsächlich immer begegnet. Viele Führungskräfte gehen davon aus, dass sie wissen, was ihre Mitarbeiter wollen. Und sie haben nie gefragt. Das ist was, was ich versuche immer einzuführen, dass man die Mitarbeiter einfach mal fragt. Jetzt werden viele den Kopf schütteln und doch ist das eine ganz wichtige Reflexionsaufgabe, dass man sich mal überlegt, wann habe ich den Mitarbeiter eigentlich das letzte Mal gefragt? Also Fragen stellen ist der erste wichtige Rat, den ich geben kann. Einfach mal Fragen stellen. Das zweite ist, bevor man anfängt, die Mitarbeiter trainieren und coachen zu lassen, das System, was man einführen will, immer erst selber erlernen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Die größte Frustration, die man Mitarbeitern zuführen kann, ist, wenn ein Mitarbeiter von einem guten Trainer, und es gibt viele gute Trainer, begeistern lassen hat für ein neues Kommunikationssystem und ein paar Wochen später kommt die Führungskraft und kommuniziert anders, ist das für die Mitarbeiter wahnsinnig frustrierend. Und der dritte Tipp, den ich glaube ich habe, ist einfach, bevor man große Träume auf das Team überträgt, kurz reflektieren und eventuell ruhig mal große Träume auf einen späteren, günstigeren Zeitpunkt verschieben und die Energie ins Arbeitsleben hier und jetzt stecken. Das ist vielleicht schon etwas poetisch, aber ich finde es oft wichtig. Ich erlebe viele Führungskräfte, die sich mit Dingen beschäftigen, die viel, viel später an der Reihe sind und das hier und jetzt, heute aus dem Auge fallen. Würdest du sagen, ist es tatsächlich ein Problem, das Thema Prioritäten setzen? Ja, absolut. Also Fokus ist ein Thema. Hat auch viel mit Wissen zu tun. Also ich muss natürlich wissen, um die Bedeutsamkeit von Teilprojekten oder Dingen, die einfach jetzt wichtig sind oder wichtiger als andere. Ja, es hat etwas mit Wissen und es hat etwas mit Erkennen zu tun und das alles führt uns immer wieder zurück zur Selbstreflexion. Wenn ich selber nicht erkennen kann, was mir wichtig ist, wird es immer schwer bleiben, zu erkennen, was anderen wichtig ist. Ja. Ja. Eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, um jetzt mal so ein bisschen den Blick in euer Unternehmen zu machen. Jetzt habt ihr ein Coaching- und Beratungskonzept. Zumindest erschließt sich das jetzt von außen für mich. Welche Skalierungsmöglichkeiten habt ihr langfristig, um zu wachsen mit eurem Unternehmen? Also wir haben natürlich feste Konzepte. Wir maßschneidern aber eigentlich die Konzepte, das ist vielleicht noch wichtig, weil so Schema-F-Konzepte im Coaching finde ich ganz schwierig. Das gibt es eigentlich gar nicht, gerade im Coaching nicht. Da ist es wichtig, dass wir ins Unternehmen reingehen und die Ist-Situation aufnehmen und dann die Konzepte maßschneidern. Das machen wir eigentlich immer. Klar, also Skalierungsmöglichkeiten, da kann ich dir jetzt nur eine ganz ehrliche Antwort drauf geben. Es gibt natürlich große und kleine Projekte. Ja, große Projekte sind immer auch in der Vorbereitung lange und dauern auch lange an. Da ist die Skalierung schwieriger. Die hat man oder hat man nicht. Aber zum Beispiel unsere festangestellten Coaches sind jeden Tag draußen und verkaufen natürlich auch Trainings und Coachings in der Apotheke. Und die kannst du natürlich wunderbar skalieren. Da gibt es auch bei uns Wachstumsziele und da kann ich wunderbar sehen, wie viele Trainings finden eigentlich in so einem Monat statt und in einem Jahr und in einem Quartal. Und was für Kunden haben wir da auch. Das müssen wir als Start-up natürlich auch tun. Aber ich möchte ja gerne, dass es uns auch in zehn Jahren noch gibt. Ja, absolut. Wenn du jetzt eine Fee triffst und die sagt, such dir ein Projekt aus, was du gerne machen wollen würdest. Was wäre so dein leidenschaftliches Ding, dass du sagst, hey, wenn so ein Unternehmen morgen anruft mit der und der Aufgabenstellung, das wäre jetzt so wirklich meine Passion. Es gibt mehrere Projekte, für die ich im Moment total brenne. Zum einen ist es wirklich das Kerngeschäft, für das ich im Moment brenne, um so meinen Unternehmenserfolg zu sichern. Das ist mir schon ganz, ganz wichtig. So weitere wichtige Markenplayer der Branche würde ich gerne als Kooperationspartner gewinnen. Das ist was, was die Fee mir ermöglichen könnte. Ja, also wirklich wichtige Markenplayer, die sagen, okay, wir committen uns da in verschiedene Richtungen, sowohl für den Professional-Bereich als auch als Multiplikator für den Apotheken- und Ärztebereich und schließen da einfach eine wirkliche Kooperation und Vertrauen diesem Unternehmen Health Care Com. Das ist was, für das ich brenne. Das ist die eine Seite und ein Thema, was mich im Moment brennend interessiert, ist wirklich der Klinikbereich. Das ist eine Leidenschaft, die mich da gepackt hat, weil ich einfach das Thema dieser Multifunktionalität in den großen Kliniken unheimlich spannend finde. Ja, auch die Komplexität wahrscheinlich. Genau, die Komplexität und mich da mit jemandem gemeinsam auf die Reise zu machen, quasi von der Dame, die im Keller den Schlauch bei der Magenspiegelung reinsteckt, bis zum Geschäftsführer, diese Systeme aufzubauen. Cool. Ich sage der Fee Bescheid. Danke. Anna, ich habe noch ein paar Fragen in einer kurzen Q&A-Session vorbereitet. Ich würde dich einfach bitten, mit einem Wort oder mit einem Satz ganz kurz zu antworten, was dir dazu einfällt. Erste Frage. Was ist deine Mission? Meine Mission ist, ein Unternehmen aufzubauen, in dem sich Mitarbeiter gut fühlen und effiziente Arbeit für Unternehmen leisten. Meine Lieblingsfrage. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Da würde ich sagen, ich bin leidenschaftliche Tänzerin, was wenige wissen. Ich versuche gerade meinen Mann davon zu überzeugen, dass wir argentinischen Tango tanzen. Oh, wie cool ist das denn? Zeig ihm am besten den Film Dance mit Antonio Banderas. Das werde ich machen. Wenn du meinen Mann kennen möchtest, der wird wahrscheinlich sehr lachen, wenn du das hörst. Dann würdest du wissen, dass du da noch ein Stück Arbeit vorgelegt. Ja, aber das wird schon, wenn man den Film oft genug sieht. Okay. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Da würde ich sagen, das ist das zentrale Gespür für den Menschen. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Oder würde ich sagen, die Geburt meiner Kinder. Schön, das verstehe ich gut. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Dass alles seine Zeit hat. Kannst du uns drei Internet-Resourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Oh ja. Ich benutze die App Wunderlist. Die hat mir meinen Geschäftspartner empfohlen. Und seitdem ist die bei mir im Dauergebrauch. Das ist eine ganz einfache App. Du kennst die bestimmt. Das ist eine ganz einfache To-Do-List-App. Und ich liebe die. Das ist im täglichen Einsatz. Ich habe eine private Wunderlist. Ich habe eine Arbeitswunderlist. Meine Sekretärin hat eine Wunderlist. Das ist so einfach und ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Und noch etwas Einfaches. Adobe Scan. Da habe ich mir die Professional-Version gegönnt. Und seitdem mache ich so etwas Effektives, wie dass ich aus dem Hotel auschecke und sofort in diesem Moment meine Belege einscanne und an die Buchhaltung schicke. Das erspart mir halt einen ganzen Arbeitstag für die Buchhaltung. Finde ich toll. Coole Idee. Und die dritte ist die Übersetzer-App für iOS. Die habe ich letztens entdeckt. Übersetzer mit drei Ausrufezeichen. Die ist echt genial. Da kann man, egal wo man ist, wenn man die Sprache nicht perfekt beherrscht, per Spracheingabe sich alles perfekt übersetzen lassen. Auch im Taxi oder so. Adressen. Alles, was man braucht. Das sind so drei Apps, die ich im täglichen Buch auch echt toll finde. Pack mal mit in die Show Notes. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Oh, da habe ich auch ein Spezielles. Was mich geprägt hat, ist eine Biografie. Die Biografie von Marie Curie. Die hat mich echt geprägt. Kann ich nur empfehlen. Ist mal was ganz anderes. Warum war das für dich so ein wichtiges Buch? In der Biografie geht es ja um eine Wissenschaftlerin, die in einer Zeit sich durchgesetzt hat, wo Frauen überhaupt noch nicht in der Arbeitswelt etabliert waren. Zum einen, die aber daraus gar kein Thema gemacht hat, sondern eher beschrieben hat, wie man sich so auf ein Thema komplett fokussiert und darin eher Glück und erfülltes Leben gefunden hat. Das finde ich sehr faszinierend. Schön. Packen wir auch mit in die Show Notes. Welche drei Interviewgäste würdest du uns hier für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du selbst hier gerne mal hören? Ja, da habe ich auch was rausgeschrieben. Und zwar gibt es einen ganz tollen Speaker, den ich sehr faszinierend finde. Das ist der Professor Peter Hawkins. Der ist Professor of Leadership an der Henley Business School. Den hört man öfter schon mal auf so Resilienz-Seminaren hier in Deutschland. Finde ich einen sehr faszinierenden Leadership-Coach. Fragen wir an. Den Willi Grassl vom Flughafen München, den habe ich auch schon öfter gehört. Der berichtet so über Mitarbeitersysteme in aufregenden Arbeitssituationen. Finde ich auch spannend für Führungskräfte. Und wen ich für Frauen immer ganz toll finde, ist die Sabine Heinrich. Sabine Heinrich, mit der spreche ich öfter auf der Brigitte Academy. Ein tolles Event für Frauen in der beruflichen Entwicklung. Und die hat immer tolle Tipps auf Lager, wenn es um berufliche Weiterentwicklung geht. Super. Ist notiert. Fragen wir gerne an. Anna, wir sind am Ende unseres Interviews und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der letzten Frage. Nämlich, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist, die Ruhe in einem selber zu finden. Indem man immer darauf achtet, in welchen Situationen man sich gut fühlt und diese Situationen zuzulassen. Punkt. Schön. Genau hier machen wir den Punkt. Vielen Dank für die Zeit und für das tolle Gespräch. Ich danke dir, Norm. Gerne. Tschüss. 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 Tschüss.